Hier, nimm das. Hier, ich hab was für dich. Nimm das. Nimm das und geh vor. Hier, Kumpel, nimm das. Nimm, kannst mir später danken. Keine Zeit für Heldentaten, nimm's einfach. Fertig. So, los geht's. Na los. Also gut, legen wir los. Sauber. Hier ist nichts. Alles klar. Okay. Alle zum Boot. Los, zum Boot. Schnell zum Boot. Das Boot ist da. Gehen wir. Das Boot ist da. Kommt schon. Alle Mann zum Heli. Los. Lauf zum Heli. Der Heli ist hier. Gehen wir. Der Heli ist da. Weg hier. Geh zum Flugzeug. Los. Geh zum Flugzeug. Geh zum Laster. Zum Laster. Geh zum Laster. Der Laster ist da. Gehen wir. Klar. Bereit. Können wir dann. Seid ihr bereit? Was meint ihr? Können wir? Na, können wir dann? Alles klar. Dann wollen wir mal. Seid ihr bereit? Zurück. Schnell zurück. 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 Schnell. Schnell. Zurück. 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 Kommt schon. Lass mich raus. Ich kann euch helfen. Kommt. Lass mich raus. Ich kann euch helfen. Ich stecke fest. Holt mich raus. Die Tür zu. Schließ die Tür. Mach die Tür zu. Geht vor und schließ die Tür. Mach die Tür zu. Ist die Tür zu? Schließ die Tür ab. Da unten. Da oben. Deck mich raus. Ich muss mich verarzten. Moment. Ich muss mich verarzten. Moment. Ich verarzte mich. Stopp. Ich verarzte mich. Ich muss mich verarzten. Ich muss mich... Uuh, 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 Gaaah! Francis, ist die Gasse hier nicht dein Geburtsort? Jeden Dienstag ist Teamentwicklung. Die sollten mal den Zombiescheiß versuchen. Durch den Container. Wow, Francis, wann hast du denn lesen gelernt? Francis, warum meinst du, dass wir verloren sind? Wir entfernen uns doch, oder? Nein! Nein, ich hab ein MBA von North Newburgh. Ausnahmsweise sind wir einer Meinung, Francis. Dann laufen wir wohl. Vor fünf Minuten hast du Fliegen noch gehasst. Toll, und das wäre? Sehr lustig, Francis. Zieh doch mit deinem Schnauzer, deiner Weste und den Beinschützern los und such dir eine Parade. Scheinbar kommen wir hier nur zu Fuß weg. Andererseits hätten wir diese herrliche Landschaft bei einem Hubschrauberflug glatt verpasst, oder? Irgendwie hatte ich auch ein echt gutes Gefühl bei dem Hubschrauber. Hab echt ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, schon vorbei. Naja, wird schon alles gut gehen. Gehen wir nach links. Gehen wir durch die Gasse. Der Truck versperrt die Gasse. Dort ist eine Brücke. Los zur Brücke. Die Brücke bringt uns über den Fluss. Klettern wir runter. Vielleicht kommen wir zur Brücke. Hier kommen wir wieder hoch. Die Brücke ist blockiert. Wie kommen wir an der Barrikade vorbei? Riverside. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ein Schutzraum. Hier unten. Den Berg runter. In das Lager. Wenn wir es auf die Brücke schaffen, kommen wir bestimmt die Schienen entlang aus der Stadt. Hier sind Leute nach Riverside unterwegs. Folgen wir ihnen. Das Feuer ist aus. Los über die Brücke. Das Feuer ist aus. Los über die Brücke. Wir können mit der Kanone die Barrikade zerballern. Einer muss das Riesending abfeuern. Das war mein erster Hubschrauberflug. Aufregend. Armer Kerl. Wollte uns helfen. Durchsuchen wir die Häuser. Irgendwas in dem Lager? Wie geht's zum Depot? Durch den Truckhof. Am Zaun hoch. Über den Truck. Cooler Truck. Die haben hier wohl ne Zeit lang gearbeitet. Nicht aufs Auto. Der Generator ist aus. Wir müssen den Generator neu starten. Der scheiß Generator ist schon wieder aus. Jemand muss den Generator neu starten. Okay, okay. Komm schon. Spring schon an. Komm doch. Los, Baby. Spring schon an. Los jetzt. Mach hin. Langsam geht mir das Ding auf die Nerven. Gott verdammte Scheiße. Los jetzt. Spring an, du Drecksting. Spring an. Los, du scheiß Generator. Scheiße, spring an. Das dauert höchstens ne Sekunde. Der Truck muss runter. Werfen wir den Generator an und holen den Lift runter. Werf den Generator an. Los, einer aktiviert den Lift. Er hat Strom. Anschalten. Er ist unten. Rein. Zur Seite, Francis. Ich fahre. Weg, Francis. Ich fahre. Los, du Lift. Schalt einfach mal aus und wieder ein. Abgase. Suchen wir doch nach dem Depot. Wall Street Weekly. Das Blatt gibt's nicht mehr. Scheiße. Wisst ihr was? Ich glaube, ab jetzt sehen wir keine Witch mehr. Wetten wir? Ich denke, wir sind entweder völlig immun oder wir haben wahnsinniges Glück. Wenn wir das überleben, freue ich mich sogar auf den ganzen Recycling-Scheiß. Wenn wir's bis Riverside schaffen, sind wir in Sicherheit. Wenn wir so in ein Schutzgebiet kommen, ist das mein absoluter Lieblingsort. Kanada? Francis, wir sind in Pennsylvania. Mensch, so war das nicht geplant. Wir müssen uns zusammenreißen. Runter da vorn. Runter. Duken. Leute, ich brauch sofort Hilfe. Hey Leute, ich brauch sofort Hilfe. Hey, ich brauch Hilfe. Und zwar jetzt. Ich brauch Hilfe. Jetzt sofort. Los, los. Los, los, los. 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 Kommt schon. Los. Macht schon. Los, macht schon. Jetzt nichts wie weg hier. Lauft. Siegabs. Schopeng. 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 Eh, eh, eh! Ah! 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 Oh nein! Ah! Ah! Wir haben's gleich. Wir haben's fast geschafft! Ich hör den Piloten! Kommt! Hier lang! Hier lang! Hier lang! Da lang! Komm Kumpel! Hier lang! Verdammt! Das tat weh! Hey, hör auf damit! Seh ich etwa aus wie die? Es wäre nett, wenn du nicht mehr auf mich zieltest! Pass auf, wo du hinzielst! Hey, das ist echt nicht drin! Verdammt, ziel woanders hin! Hey, verdammt! Schieß doch nicht auf mich! Au, Mann, au! Doch nicht auf mich schießen! Sieh mich an! Seh ich aus wie die? Auf! Warum zielst du auf mich, du Penner? Nächstes Mal schieß ich zurück! Au, Drecks! Hey, ich bin's! Nicht schießen! Klasse! Äh, sorry! Wow, das nenne ich ein Maschinengewehr! Im Büro haben sie immer gelacht, wenn ich in der Mittagspause zum Skistand bin. Klingt jetzt gar nicht mehr so dumm, was? Wie lang warst du im Knast, Francis? Das sind Zombies, Francis! Die Treppe hoch! Los, die Leiter hoch! Hier durch! Durch diese Tür! Treppen steigen hält gesund! Los, die Leiter hoch! Was? Nicht dein Ernst, oder? Also gut, legen wir los! Gute Idee! Na gut! Jawoll! Mensch, ich bin's! Louis! Von mir aus? Ja, gut! Das ist aber nicht dein Ernst! Da hast du recht! Och nee, auf gar keinen Fall! Na klar! Mir geht's gut! Geht schon! Ich weiß nicht! Ach Mist, ich blute! Ich schaff's schon! Wird schon! Ähm, ich schaff's schon! Hilf mir nur hoch! Noch bin ich da! Ich fühl mich ganz komisch! Ich weiß nicht, ob ich durchhalten kann! Och, mir geht's schrecklich! Ich mach's nicht mehr! Lange! Äh, ich brauche wirklich einen Arzt! Scheiße! Mich hat's echt erwischt! Ich glaub, ich überlebe das nicht! Das muss ich erst heilen! Mir tut alles weh! Das ist zum Kotzen! Wenn das so weitergeht, schaff ich's nicht! Mir ist echt elend! Das ist wirklich schlimm! Ganz schlimm! Ich glaub, mich hat's erwischt! Ich glaub, ich muss sterben! Ich fühl mich ganz furchtbar! Mir geht's elend! Äh, 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 äh! Ich glaub, ich hab was gebrochen! Wär ich doch bloß im Laden geblieben! Ähm, ohne Scheiß jetzt! Ich brauche dringend einen Arzt! Äh, scheiße! Äh, das könnte mein Ende sein! Mann, mich hat's übel erwischt! Mir ist irgendwie schwindelig! Ich überlebe das nicht! Mir tut alles weh! Hat jemand Verbandszeug? Hat jemand Verbandszeug übrig? Verbandszeug wäre gut! Erste Hilfe wäre nicht schlecht! Ah, das tut weh! Mensch, Luis! Du willst doch hier nicht sterben! Komm! Oh, oh, oh Mann! Mir tut echt alles weh! Oh, oh, das ist vielleicht ein Scheiß hier! Ich will nicht sterben! Ich weiß, das will niemand! Aber ich will's ganz und gar nicht! Oh, verdammt, verdammt! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Granate! Granate! Geht in Deckung! Die Lunte brennt! Die Lunte brennt! Achtung! Granate! Granate! Nein! Nicht Francis! Oh Mist! Mist, verdammte Scheiße! Aber auch! Francis? Nein! Francis, verdammt! Oh Mist, Mist, verdammte Scheiße aber auch. Oh nein, verdammt, nicht Francis. Wie furchtbar, sie ist tot. Ah, Zoe, Zoe, verdammt. Nein, Zoe. Verdammt, Zoe, wach auf. Oh nein, Zoe, Zoe. Verdammt. Zoe, Zoe, verdammt. Bill, nein. Oh nein, Bill, Scheiße. Bill, Bill, nein. Bill, nein. Oh nein, der Alte ist tot. Ach, Bill, verdammt. Ich verarzte dich. Halt durch, ich verarzte dich. Halt durch, das hier hilft. Halt durch, ich verarzte dich. Das sollte fürs Erste reichen. Nicht schießen, ein Boomer. Vorsicht, hier irgendwo ist ein Boomer. Ich höre einen Boomer. Vorsicht, ich höre einen Boomer. Passt auf, ich höre einen Boomer. Pass auf, ich höre einen Boomer. Oh Mann, klingt wie ein Boomer. Vorsicht, da draußen ist ein Boomer. Ich habe definitiv einen Boomer gehört. Nicht schießen, ich höre einen Boomer. Vorsicht, hier ist irgendwo ein Boomer. Ich höre einen Boomer. Vorsicht, ich höre einen Boomer. Achtung, ich höre einen Boomer. Pass auf, ich höre einen Boomer. Oh Mann, hört sich wie ein Boomer an. Vorsicht, da draußen ist ein Boomer. Ich habe definitiv einen Boomer gehört. Augen auf, ich höre einen Hunter. Achtung, ich höre einen Hunter. Ich höre einen Hunter. Da vorne ist ein Hunter. Vorsicht, hier irgendwo ist ein Hunter. Aufgepasst, ich höre einen Hunter. Vorsicht, ich höre einen Hunter. Ich höre einen Hunter. Da vorne ist ein Hunter. Vorsicht, hier irgendwo ist ein Hunter. Hier ist irgendwo ein Smoker. Ein Smoker, ganz in der Nähe. Vorsicht, ich riech' nen Smoker. Ich hör' nen Smoker. Hier ist ein Smoker. Ein Smoker, ganz in der Nähe. Vorsicht, ich riech' nen Smoker. Ein Smoker. Psst, ich hör' ne Witch. Ich hör' eine Witch. Ich hör' ne Witch. Irgendwo hier ist ne Witch. Stopp, leise, da vorne ist ne Witch. Mist, hier irgendwo ist ne Witch. Halt, 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 ich hör' ne Witch. Hilfe! Ich brauch' hier Unterstützung. Ich bräuchte hier mal Hilfe. Verdammt, ich brauche Hilfe. Hilft mir doch. Hilfe! Ich brauche Hilfe. Ich brauche dringend Hilfe. Hilft mir doch jemand. Hört ihr mich? Ich brauche Hilfe. Wie oft muss ich's wiederholen? Ich brauche Hilfe. Meine Güte, da kommen sie. Sie kommen. Seid ihr bereit? Bill. Der Hunter hat Bill. Der Hunter hat Bill. Francis. Der Hunter hat Francis. Der Hunter hat Francis. Der Hunter hat Zoe. Zoe. Der Hunter hat Zoe. Sehr schön. Gut so. So muss es sein. Wir schaffen das. Alles klar. Wir packen das. Mann. Ich glaub' wir schaffen das. Uns hält nichts mehr auf. Jetzt hält uns nichts mehr. Hört ihr mich? Uns hält nichts mehr. Aber auch gar nichts. Wir sind unaufhaltbar. Unaufhaltbar. Wir sollten uns die Unaufhaltbaren nennen. Wir sind unaufhaltbar. Jawohl. Ja, Mann. Woo. Ich bin echt schlimm. Jawohl. Ich bin schlimm. Ha. Beeilung. Na los. Schneller. Los. Los. Kommt schon. Schnell. Schneller. Macht schon. Na kommt. Jetzt macht schon. Na los. Schneller. Hierher. Los. Schnell. Ich warte nicht. Na los. Hierher. Keine Sorge. Ich bin hinter dir. Bin hinter dir. Bin da. Ah. Bin raus. Ah. Bin raus. Mist. Bin raus. Scheiße. Bin raus. Bin raus. Ah. 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 Da kommen sie. Sie kommen. Sie kommen. Oh Scheiße. Da kommen sie. Ich bin kein Held. Aber wir können sie doch nicht einfach hier lassen. Ich lasse Zoe nicht zurück. Na los. Ich würde auch wollen, dass sie mir helfen. Wir dürfen niemanden hier lassen. Na los. Gehen wir und helfen ihm. Worauf warten wir? Helfen wir ihr. Habs. Abgeschossen. Tot. Habs. Abgeschossen. Tot. Licht aus. Lampen aus. Das Licht aus. Mach's Licht aus, Mann. Licht aus. Lampen 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 aus. Geht ihr einfach vor. Geh mal vor, ich folg dir. Geh du voran. Geh vor. Du zuerst. Ich rutsche. Zieht mich hoch. Ich fall hier gleich runter. Hilfe, Hilfe. Ich kann mich nicht halten. Ich kann mich nicht halten. Hilft mir, ich falle. So hilft mir doch jemand. Scheiße, ich falle, ich falle. Hört mal, jemand muss mich hochziehen. Jetzt komm doch mal, wer rüber und zieh mich hoch. Hey, ich hänge hier über dem Abgrund. Das ist ein ziemlicher Abgrund. Zieht mich besser hoch. Komm schon, ich mein's ernst. Komm her und zieh mich hoch. So langsam reicht's mir hier. Zieht mich hoch. So zieht mich doch hoch. Könnte mir bitte irgendjemand hier mal helfen? Könnte mir hier jemand mal helfen? Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Hey, komm doch mal, wer, und zieh mich hoch. Komm schon, Mann. Zieh mich hoch. Lach nicht, sondern zieh mich einfach hoch. Schon gut. Ich glaub, ich kann dich hochziehen. Moment. Ich helfe dir gleich. Ich bin hier, Mann. Nimm meine Hand. Dann zieh ich dich wieder hoch. Keine Bange. Ich hab dich. Halte durch. Gleich bist du oben. Da vorn. Da drüben. Da. Schau. Da. Sieh mal. Hey, sieh mal hier. Guck mal hier. Sieh mal. Sieh dir das mal an. Vorsicht. Pass auf. Pass auf. Achtung. Achtung. Vorsicht. Hallo. Wo seid ihr denn? Ist da jemand? Wo seid ihr denn alle? Hört mich jemand? Hör auf, mich zu beschießen. Hey, 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 hey. Mensch, Bill, was machst du da? William, pass auf. Pass auf, Bill. 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 Ich glaub's nicht. Du hast schon wieder auf mich geschossen. Bill. Bill. Francis, das bin ich, auf den du schießt. Francis, hast du sie noch alle? Francis, das machst du noch einmal mit mir, du Fettsack. Francis, hör auf mit dem Scheiß, Zoe. 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 Gut, gehen wir. Weiter, Jungs. Los. Los. Los, gehen wir. Kommt, Leute, wir sollten weiter. Wie wär's mit weitergehen? Gehen wir. Gehen wir. Bill. 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 Francis. 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 Zooey. Zoe. Zoey. Zooey. Ssss. Pfff. 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 Klasse! Prima! Gut gemacht! Verdammt, das war klasse! Super Sache! Coole Sache! Das war genial! Guter Schuss! Mann, klasse Schuss! Jawoll! Klasse! Wow! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Guter Schuss! Klasse Schuss! Peng! Jawoll! Ja! Kommt nicht in Frage! Nein, keine Chance! Das läuft nicht! Nein, ich sagte nein! Besser erst mal verarzten! Bill, du solltest dich erst mal verarzten! Bill, verarzte dich! Hey Bill, wie wär's denn mal mit Verarzten? Francis, du solltest dich verarzten! Versorg deine Wunden, Kumpel! Hey Francis, jetzt verarze dich erst mal! Versorg deine Wunden, Francis! Francis, leist du mir dein Verbandszeug? Francis, kannst du mir Verbandszeug besorgen? Francis, Verbandszeug? Zoe, brauchst du das Verbandszeug? Zoe, hättest du wohl ein bisschen Erste Hilfe für mich? Bill, Verbandszeug? Bill, hast du Verbandszeug für mich? Du solltest dich verarzten, Zoe! Na los, verarzte dich, Mädel! Zeit zum verarzten, Zoe! Los, Mädel! Zeit zum verarzten! Na los, verarzte dich, Zoe! Oh Mann! Mist! Wenigstens sind wir jetzt sicher! Yippie! Haha, ja! Wuhu! Oh! Also Leute, wir müssen durchhalten, bis das Rettungsboot da ist! Okay, der Heli kommt gleich! Das Rettungsteam ist auf dem Weg! Hilfe ist unterwegs! Ich glaub's kaum, aber es sieht so aus, als kämen wir tatsächlich hier raus! Also gut Leute, wir müssen nur noch durchhalten, bis der Laster hier ist! Das kommt mir alles Spanisch vor! Es ist viel zu still hier, Mann! Mann! Ich trau dem Frieden nicht! Scheiße! Ich gitt! Ich gitt! Wie eklig! Ich gitt! Auweier! Oh, scheiße! Klasse! Genial! Wuhu! Hahaha! Prima! Wunderbar! So muss das sein! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Oh Mann! Du siehst ganz schön übel aus! Wenn wir dich nicht schnell verarzten, haut dich der nächste Treffer um! Ach du Scheiße! Du blutest wie verrückt! Wenn wir dich nicht schnell verarzten, haut dich der nächste Treffer um! Ich kann dir zwar vorübergehend auf die Beine helfen, aber wenn wir dich nicht schnell verarzten, haut dich der nächste Treffer um! Hey komm! Jetzt nicht ohnmächtig werden! Ich kann dir wieder hochhelfen, doch wenn wir dich nicht schnell verarzten, haut dich der nächste Treffer um! Mann! Du müsstest eigentlich tot sein! Ich kann dir zwar hochhelfen, aber wenn wir dich nicht schnell verarzten, haut dich der nächste Treffer endgültig um! Ich hab dich, keine Angst! Ich lasse dich nicht sterben! Komm! Ich helfe dir hoch! Komm schon! Sieh mich an! Konzentrier dich! Du wirst schon wieder... Ich hab dich! Keine Bange! Ich lass dich doch nicht verrecken! Komm hoch mit dir und weiter! Komm! Schau mich an! Konzentrier dich! Du wirst schon wieder... Los! Gehen wir! Schon gut! Keine Bange! Ich bin ja da! Moment! Ich hol dich schon wieder auf die Beine! Schon gut! Keine Bange! Ich bin ja da! Moment! Ich hol dich schon wieder auf die Beine! Komm schon! Die Pause ist vorbei! Steh auf und zurück an die Arbeit! Ah! Ich glaube, du bist okay! Ich helfe dir hoch und dann gehen wir weiter! Ich bin zwar kein Arzt, aber du bist eindeutig noch am Leben! Na komm! Hoch mit dir! Und weiter! Schon gut! Keine Bange! Ich bin ja da! Moment! Ich hol dich schon wieder auf die Beine! Dachte nicht, du kimmst wieder auf die Beine! Keine Sorge! Hab dich! Wird schon wieder! Ich hab noch nie jemanden gesehen, der sowas überlebt! Wir sollten dich Jason nennen! Ich hab noch nie jemanden gesehen, der sowas überlebt! Wir sollten dich Herkules nennen! Alles klar? Wie geht's? Schaffst du's? Schaffst du's? Wie schlimm ist es? Wie geht's dir? Aufstehen und weiter! Komm, steh auf! Hoch mit dir! Das wird schon! Ich halt dich! Hoch mit dir! Keine Sorge! Sieht nicht schlimm aus! Komm, steh auf! Gehen wir! Du wirst schon! Na los, Francis! Na los, Bill! Das wird schon wieder! Komm hoch! Du bist okay! Na los! Auf, auf! Auf! Wir müssen los! Komm schon! Steh auf! Komm schon, Mann! Steh auf! Dafür ist jetzt keine Zeit! Los! Komm schon, Mädel! Steh auf! Komm! Du musst aufstehen! Komm schon! Steh auf! Du musst erstmal hoch, Mann! Steh auf! Na los! Im Büro haben sie gelacht, wenn ich mittags zum Skistand bin! Gut, dass ich konsequent war, he? Da ist ein Schutzraum! Da ist der Schutzraum! Ein Schutzraum! Da sind wir sicher! Endlich! Geschafft! Ich wusste, wir schaffen's! Ich wusste, wir würden es schaffen! Hier bin ich! Hallo! Hey! Da bin ich! Alle Mann da! Weg damit! Weg damit! Befreit mich davon! Weg damit! Holt das Ding weg von mir! Weg damit! Entschuldigung! Tut mir leid! Entschuldige, Mann! Oh, Mann! Tut mir leid! Mein Fehler! Das war alles meine Schuld! Munition! Verbandszeug! Verbandszeug! Hier gibt's Verbandszeug! Verbandszeug! Hier! Granaten! Hier gibt's Mollis! Hier sind Mollis! Rohrbombe hier! Rohrbombe! Tabletten! Waffen! Hier gibt's Waffen! Waffen! Nicht abdriften! Kommt! Wir müssen zusammenbleiben! Zusammenbleiben! Bleibt zusammen! Bleibt zusammen, Leute! Alle hierbleiben! Kommt schon! Alle Mann rein da! Los! Nichts wie rein! Wir müssen da rein! Verdammt! Oh, Mann! Mist! Ach, so'n Scheiß! Mist! 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 Verdammt! Oh, Mann! Mist! Ach, so'n Scheiß! Was für ein verdammter Mist! Ich nehm' das Gewehr! Das ist jetzt meins! Ich nehm' das hier! Das Gewehr gehört jetzt mir! Ha! Das ist jetzt meins! Ich nehm' mir die Flinte! Ich nehm' die Flinte! Ich nehm' diese Flinte! Ich nehm' die! Die Flinte nehm' ich mir! Verbandszeug! Ich nehm's Verbandszeug! Ha! Das Verbandszeug gehört mir! Mollys! Ich nehm' Molly! Molotows! Her damit! Ich nehm' am besten alles mit! Ich nehm' die Pillen! Ha! Damit jag ich wen hoch! Ich nehm' ne Rohrbombe! Hu 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 hu! Ich nehm' mir ne Rohrbombe! Das sieht echt scheiße aus! Noch ne Pistole könnte nützlich sein! Ich nehm' noch ne Pistole! Ich glaub' ich nehm' die Flinte! Das Gewehr nehm' ich! Was für ein schönes Gewehr! Ich nehm' ein MG! Ein Maschinengewehr! Geil! Das ist ja wie bei Counter-Strike! Holt das Ding von mir runter! Verdammte Scheiße! Haltet dieses Ding auf! Ich werde zerquetscht! Ich werde zerquetscht! Schieß doch! Ich kann nicht atmen! Genial! Jawohl! So muss das sein! Richtig so! Jawohl! Geile Sache! So muss das sein! Richtig so! Jawohl! Ja! Ja! Hey Mann, pass auf! Hey Mann, pass doch auf! Hey, was soll das? Vorsicht, was machst du denn? Danke! Danke! Danke, du hast was gut! Danke! Danke, Kumpel! Danke, Kumpel! Danke! Danke, du hast was gut! Danke! Puh, danke! Vielen Dank! Dank dir! Dank dir! Dank dir! Halte durch! Ich bin gleich da! Ich komm ja! Keine Angst! Ich bin gleich da! Danke, dass du mich rausgeholt hast! Danke, Mann! Puh! Danke, Mann! Danke! Ich dachte, ich müsste da drinnen sterben! Boah! Gütiger! Oh mein Gott! Gütiger! Oh mein Gott! Wartet mal! Halt! Lass uns hier warten! Ganz ruhig! Warten wir! Alle anhalten! Hey, wartet mal! Boomer! 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 Jetzt aber ganz vorsichtig! Vorsicht! Vorsicht! Pass auf, Mann! Pass jetzt gut auf! Ganz ruhig! Wir müssen aufpassen! Ganz vorsichtig! Vorsicht! Wir müssen vorsichtig sein! Vorsicht! Hunter! 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 Smoker! 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 Tank! 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 Witch! 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 Hinter uns! Sind hinter uns! Dreh dich um, Mann! Hey! Die Witch sitzt bestimmt nicht mehr lange still! Hörst du wohl auf damit! Die Witch bleibt nicht ewig so ruhig! Hör auf, die Witch anzustacheln! Geh der Witch nicht auf die Nerven, Mann! Die Witch steht auf! Mann! Bis das wieder aufgebaut ist! Also, das hab ich nicht erwartet! Den Flughafen hat's richtig erwischt! Die haben hier ganz schön gewütet! So, los geht's! Das gefällt dir wohl, du Landei! Hallo? Bereit zum Aufbruch! Wann immer es losgeht! Wir sind so weit, wann immer es losgeht! Klingt sehr gut! Hallo? Da ist der Landeplatz! Die U-Bahn geht direkt zum Mercy Krankenhaus! Die U-Bahn-Station ist gleich um die Ecke! Der Bahnhof ist gleich da vorne! Da ist der Bahnhof! Geht zum Bahnhof! Hier lang! Da ist er! Der Bahnhof ist gleich da vorne! Die rote Linie nach Norden! Wir müssen mit der roten Linie nach Norden zum Mercy Krankenhaus! Die rote Linie führt zum Mercy Krankenhaus! Mist! Die Linie ist gesperrt! Die Gleise sind blockiert! Wir brauchen einen anderen Weg! Okay, kein Problem! Jetzt müssen wir aus der U-Bahn raus! Im Leihhaus sind wir sicher! Los, zum Leihhaus! Hm, ich glaube, hier geht's lang! Muss hier irgendwo sein! Super! Wir können den Lift nehmen! Durch das Lager! Hab mich immer noch nicht daran gewöhnt! Das wird etwas unschön! So, rein in den Abwasserkanal! Woooo, Francis! Das wird ne dreckige Angelegenheit! Das Mercy Krankenhaus müsste genau über uns sein! Das Krankenhaus! Los zum Krankenhaus! Das Krankenhaus! Geschafft! Schnell, schnell! Ab in den Lift! Das Krankenhaus kommt gleich nach dem Wasserwerk! Da ist das Krankenhaus! Los in den Lift! Kann nicht mehr weit sein! Wahrscheinlich nur noch ein Stückchen! Wird nicht schön! Schnell! Schnell! Los in den Lift! Los! Rein in den Lift! Hier riecht's nicht nach Krankenhaus! Haben die Menschen geholfen oder getötet? Das ist was für dich, Bill! Cardio! Der Aufzug ist da! Zum Aufzug! In den Aufzug! Weg von der Kante! Hier drin sind wir sicher! Wir müssen einen Zugang zum Dach finden! Hier geht's zum Dach! Na los! Na los! In den Aufzug! Wir müssen aufs Dach finden! Hier geht's zum Dach! Na los! Suchen wir das Funkgerät! Der Helipilot wird sich freuen, von uns zu hören! Suchen wir das Funkgerät! Riesenwumme hier oben! Wow! Was für ne Knarre! Tja! Das wär's! Mann! Mit sowas wollte ich schon immer mal ballern! Wow! Sieh sich die einer an! Ich hab gehört, das Militär evakuiert die Leute nach Riverside! Auf der anderen Seite geht's wohl wieder hoch! Der Tunnel ist dicht! Mist! Die Brücke scheidet aus! Hier geht's runter! Das müssen Abflussrohre für Riverside sein! So wird's versiegelt! Wir müssen die Plattform runterfahren! Interessante Geschichte! 1975 hat man in der Stadt... Riverside! Wenigstens stimmt die Richtung! Vorsicht! Da ist alles offen! Hier können wir rüber! Fast in Riverside! Wir müssen über den Zaun! Verdammt! Es muss doch einen Ort geben, der überlebt hat! Da! In der Kirche brennt noch Licht! Riverside ist hin! Los! Gehen wir zum Fluss! Mit Glück finden wir am Fluss vielleicht ein Boot! Abgesehen von dem Verrückten und den Zombies... Nettes Städtchen! Hier geht es weiter zum Fluss! In der Kirche brennt noch Licht! Ich hab gehört, Riverside hätte sich wieder setzt! Wir gehen nach Riverside und dann wird das schon wieder! Sir! Bitte! Wir sind nicht infiziert! Also, wenn einer von uns hier draußen ums Leben kommt, schieße ich mir den Weg frei und prügel dich zu Tode! Na mach schon! Wir sind bereit! Okay! Ja! Okay! Von mir aus gern! Ja! Klar! Schon gut! Kein Problem! Kein Problem, Mann! Klar! Alles klar! Kein Problem, Mann! Gern geschehen! Klar! Kein Problem! Kein Problem! War doch selbstverständlich! Klar doch! Klar! Ich sterbe nicht! Der Tod muss mich schon von der Erde loseisen! Wenn's mich erwischt, geht ohne mich weiter! Halt! Nein! Rettet mich lieber! War von euch jemand bei den Pfadfindern? Hätte ich mir nützlicher vorgestellt für sowas hier! Ich hab keine Zeit zum Bluten! Scheiße! Ich blute echt! Wenn das hier vorbei ist, Zoe, Bill, dann geb ich euch nen Job! Und dir, Francis, bring ich endlich das Lesen bei! Kopf hoch! Wir haben's fast geschafft! Ach, halb so schlimm! Naja, kann nur besser werden! Positiv bleiben, Jungs! Ich glaub, das könnte klappen! Der Menschheit geht's bald wieder besser! Ganz bestimmt!